Musik 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 Ja, da sind sie Ja, da sind sie Stellen die sich echt vor das verfickte Haus und schießen die übern Haufen oder was? Vier Leute sind Da nebenan, nebenan Ich wollte die gezogen Ich wollte die gezogen Nein Willst du ulti raus? Oh Ja Und Warum brenne ich denn jetzt? einer daum das war's halt die nächsten sind hier haben die mich gerade angeschossen die wichser ach accidental warum hast du mich dann noch weiter angeschossen du arsch wenn es exzident ist kann ich schon verstehen aber alter dann sollen die mich nicht so dann die mich nicht weiter anschließen weil so blöd kann man nicht sein das stück rechts von uns abbrechen und dahin ja würde ich sagen da das ist hier vorne schon um und im Ernst schon wer dran also kommen doch hat da überrufe Lukasens Ich kann versuchen dich wieder zu holen Dank dir Hab einen So was hab ich noch mal gehitet Die laufen mit Ulti weg Nein Das gibt's doch nicht Mobs was? Naja Der Sand Lass es liegen Lass es liegen Objekte gestohlen War klar Hä? Ne Stehen aber noch hier Sind aber noch hier Hat er echt? Wie heißt der? Pallet? Pallet, ja Ja Da sind drei Leute hier Bin da Hier liegen noch drei Sachen Ja komm Neu Ja l, h, g, e, r, e, u, e, r L, h, d, e, r, f, e, u, e, r L, h, g, e, r E, u, e, r Zwei weg Ich glaube, das waren die beiden Kaperung wird ausgeführt Abgeschnitten Oh, grünes Zeug Lila, was soll ich denn mit Lila? Das hat mich keiner gejagt Wie geil ist das denn? Das hört sich kurz wie weit Jetzt habe ich das selbe geflamed Ja, wie fällt das Spiel da? Erstmal irgendwas zocken, Alter Aber kein Zeiss Go Scheiß auf das Gamer Jetzt habe ich gerade OMC Ach nee, Alter Ich spiele halt zur Zeit nichts anderes mehr als W.O.T. Weil Das Go ist lame geworden Failort spielt fast gar nicht mehr zur Zeit Bash ist eher immer nur noch in World of Tanks und fährt 9er und so Ja, und andere Leute kenn ich nicht die aktiv mal was spielen würden oder so Ich würd alles spielen Außer World of Tanks Das werde ich mir nicht kaufen Weil ich erstens das Geld zu mir habe Zweitens hole ich mir das Spiel einfach nicht weil es einfach nur Bullshit ist Das ist richtig geil Jeder zweite von denen ist ein fucking Modder Nein, Alter Das macht einfach gar kein Bock Doch ich habe mir Tutorials dazu angeschaut Wo jemand Multiplayer spielt der joint noch nicht mal richtig und ist schon tot weil ihn einer zusammenfährt mit einem Truck mit 3 Meter ähm Dings schiebt Ja, das ist aber selber selten geworden Kann ich auch ganz einfach Wer wohnt auf einer anderen Da ist ganz tief im Meer Spongebob Schwammkopf Er läuft bei ihm erstmal Er läuft aber Er läuft aber Ich hab wieder zwei Die zwei die ich gekillt hab Die wollten mich jetzt gerade bei Abholzone abkaschen Haben Ultis gezogen und alles Ich bin den einen erstmal schön ausgelaufen Die ganze Zeit mit dem scheiß Container rumgelaufen Und wieder beide tot Die werden gleich wieder so mad sein Dann machen sie wieder Chat an und dann heißt es wieder Du cheating guy Die heulen ja dann immer gleich rum Es kann ja hier bei The Division auch keiner akzeptieren wenn man besser ist als der andere Dabei ist das jetzt nicht großartig die Leistung gewesen Also muss kurz gucken Mein Aim suckt so hart Das ist nicht mehr schön Uh, ich hab nen Kill Was hast du? Okay mein Freund Man, Alter Ich wollt grad voll einen auf dick die Hose machen und verkackt aber einfach Was? Ultet? Ich hab ihn mit Verrug? Ich kann das auch? Ich kann das auch? Wow, mein Pammer trifft nicht mal, Alter ich bin so low Das ist ja eine halbe Platzpartie Ich muss weg hier Ich meine bei den 2 gegen 1 ziehe ich doch nicht unbedingt nur Ulti Muss doch echt nicht sein Hätte so lustig werden können Bisschen Movement, divisieren alle anderen statt einfach mal aus der Hüfte zu schießen Weil was sollte ich denn sonst da wollen Aber können die Gegner sehen ob du killen willst oder ob du nicht killen willst Nicht schön Okay einen habe ich Oh der zweite steht da unten Catch me if you can Catch me Catch me Catch me Catch me Run away Oh ich habe keinen Bock englisch mit dir zu sprengen Eremine 8 8 8 8 8 Komm doch mal zurück Ich habe mal was mit dir zu klären Ja das machst du schon gar nicht schlecht Ich ahne fürchterlich was hast du denn Kartusch Ich hole mir jetzt Manhunt gleich »'sbet« »ciaim« 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 Okay. Yippie-yay, Schweinebacke. Oh mein Gott. Haha. Einmal muss ich so noch. Dann hab ich Manhunt. Ich weiß ja, die kommen noch nicht mehr raus. Mann, da sind ein paar Pisser. Manhunt lohnt sich wenigstens. Okay, warte. Ich bin jetzt ein paar Meter weggerannt. Und jetzt renne ich wieder zurück. Ich brauch nur einen Kill. Jetzt müsst ihr nicht mal ihr beide sterben. Gott, das will ein Folkisch und viel Scheiße. Ich folge dem Typ, der zeigt den Stream die ganze Zeit nur seine Katzen. Warte. Hm. Hm. Dafür, dass da vorhin noch eine Vierergruppe war, lassen die mich ziemlich lange in Ruhe. Du bist hier in der Dark Zone, möchtest PvP machen und hast nicht einen anderen Spieler jetzt gerade hier. Nicht einen. Nicht einer macht was. Ich kann ja gucken, ob einer hier ist. Weil wenn du in der Dark Zone bist, machst du entweder PvP oder du rennst halt rum und sammelst Loot. So, wenn du den Loot sammelst, gehst du aber zu diesen speziellen Punkten, wo Bosse sind. Ist ja logisch, weil die halt den High End Loot abwerfen. Die ganzen Punkte sind aber alle da. Also du siehst auf der Map, welche schon gemacht sind und welche gerade wieder aktiv sind. Und es sind alle aktiv. Nicht ein Punkt ist gemacht. Das heißt, dass kein fucking Spieler gerade unterwegs ist. Aber die wollen mir doch nicht erzählen, dass ich gerade der Einzige auf der Welt bin, der dieses scheiß Spiel spielt. Oh ja, hier hat jemand... Da ist ein Spieler. Oh geil. Ich will dich. Ich will dich. Nur dich. So mein Freund, dich mach ich jetzt platt. Ganz kurz. Oh, das ist ja apropos. So. Ja, ich weiß aber. Was soll ich machen? Ich muss die nehmen, die da sind. Oh, er hat zwei versiegelte Behälter. Wie gut ist das denn? Schön. So unfair zu anderen. Ah, ich weiß. Ich fühl mich so schlecht jedes Mal. Luke live, ohne live. Nur das macht Bock. So. Den Abholbereich hier vorne werde ich mitnehmen. Die zwei grünen Behälter möchte ich haben. Die hat er bestimmt lange gesammelt. Oder hat einfach nur Glück gehabt. Bei Nacht kannst du es eh meist vergessen. Da kommen immer bloß diese Pro-Gruppen raus. Die zu viert gleich nur Ulti schmeißen und Torred aufstellen. Also Elektro-Schocker. Damit du auf dem Boden wie angewurzelt stehst. Eigentlich ist da ja nichts falsch dran, ne? Ubisoft hat das implementiert. Und wenn das reingefügt ist in-game, dann muss das halt natürlich auch benutzt werden. Das ist doch in jedem Game, egal. Gibt es irgendeinen Scheißdruck, den man richtig hast. Aber trotzdem benutzt. Ein paar Vollidioten einfach nur um abzufucken, ey. Gibt mir selber so oft auf den Sack, ey. Bei Black Ops 3 und so, wenn sie da ihren Scheißdruck da haben. Gibt so eine neue Knarre. Die macht auch. Die haut so Dinger raus. So ein Pfeil. Das geht mir so auf den Sack. Das Ding, das ballert die ganze Zeit. Und die Pfeile, die muss ich nicht mal draus sein. Die treffen sich einfach wie 8-1. Das geht mir so hart auf den Sack, wenn die mit so einem Scheiß spielen. Ja, du triffst nicht, wenn du so viele Helden machen kannst. Tough Guy. D導berfl90 Minute. Das ist entspannlich. Das nämlich einen statistically cilantro. Nach 10였. D導berfl9 Minute. Dieseinflu ste meters auf. 4 experimul Holding güven sich richtig gut, Wir marsch Sham lösen auf hier. Genau 2 auf der Bathe, Lead und Quadrat werden. Meine Fresse, hat der Typ genervt, ey. Irgendwas schießen die da drüben. Ich renne mal hin. Wow. Jetzt wo ich aufkann, da Blackhawk zu spüren, kommen sie alle aus ihren Löchern raus. Schock-Turret for Idiots, yay. Schon wieder welche. Ich bug, bis dann andere in Flamant nicht zuhören kann. Alright, ist schon nicht schlecht. Alter, wie viele sind hier und ich bin hier der Einzige. What the fuck? Alter. Das war nicht fair. Das war echt nicht fair. Ich hatte gerade sieben Leute bei mir. Und ich war der Einzige, der Ruhr war, Alter. Ehrlich. Are you listening? Damn. Um, ja. Uh, ja. Uh, ja. Uh, ja. Bis zum nächsten Mal.